Hausrules. Important please read. Make sure doors are locked. Ask for the Password if you don't know the visitor. No shouting and noisy play. Run to hiding spot when you hear the alarm. Ja gut, macht das Sinn. Aber ich glaube nicht, dass hier noch jemand ist. Deswegen... Oh, eine neue Waffe. Wunderbar. Neue Waffe. Shorty. Cool. Wir hätten wieder was zu skillen, aber Fertigungszeit? Ich weiß ja nicht. Ich denke nicht, dass wir dafür irgendwie Ressourcen verschwinden sollten oder PIN. Ah ja, okay. Jetzt habe ich die Shorty dabei. Cool. Ah. Sehr schön. Da geht es auch lang. Es schaut nach Buch aus. Yeah. Super. Oh, verbessert. Mach sie denn. Ah, cool. Henry, hast du das gesehen? So, lieber leise. Okay? Ja. Oh. Der Henry. So, ich wollte eigentlich das Buch hier lesen. Bombenmannbuch. Band 1. Verbesserter Radius von eingesetztem Sprengstoff. Behälter. Improvisierte Fallen und Techniken zum Schutz eines Gebietes. Der muss jetzt hier nicht so auf dem Survival-List machen. Er hat uns im Stich gelassen. Das werde ich niemals vergessen. Okay. Ja. Komm weg hier. Okay. Wir sind immer noch komplett voll. Voll wie eine Haubitze. Bäh. Was ist denn das? Oh. Oh, nö. Leise. Ihh. No. Wo? Boah. Ach du Scheiße. Muss ich rennen? Oder was ist jetzt hier der Plan, Leute? Äh. Bombe? Warum? Warum geht die Bombe nicht hoch? Oh. 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 Reloading. Oh. Mann. Darf man mit was sein? Boah. Gibt's hier viel Munition. Fraglich. Ich weiß. Oh. Ja, also die Bombe, die, ne? War nicht so. Nehm ich sie halt wieder mit. Äh. Okay. Sollen Munition haben wir genug. Klug. Vorerst. Oh, schon wieder Munition für die Shorty. Ich glaube, die sollten wir, ähm, häufiger einsetzen. Hallo Susan, äh, hallo Susan meine ich. Ich wollte dir nur Bescheid sagen, dass diese Regenfänger eine großartige Idee waren. Ziemlich klug, Wasser sammeln zu können, ohne sich vom Fleck zu bewegen. Ich hoffe, es macht dir nichts aus, dass ich, dass ich den Kindern einige Wasserpistolen gegeben habe. Selbstverständlich wurde ich den ganzen Tag, wurde ich den ganzen Tag übernass geschwitzt. Wenn du nicht willst, dass sie, dass sie sie haben, lass es mich wissen und ich nehme sie ihnen wieder weg. Wir sehen uns beim Abendessen heute Abend. Ja, ich hoffe, die haben sich wirklich wieder gesehen. Auch wenn sie jetzt nicht mehr liegen. Oh, warte mal. Leben. Juhu. Und. Stücke. Jetzt brauchen wir wieder eine Werkbank. Ist das eine Tür mit Messer? Oh nein. Ui. Ein Gemälde. Ähm. Wir sind gefangen. Wahrscheinlich sind alle tot. Einige von den Kindern sind bei mir. Die Infizierten stehen vor unserer Tür. Ich weiß nicht, wie lange wir jetzt noch aushalten. Wenn ich und die anderen am Leben sind, können sie uns vielleicht erreichen. Wenn es soweit ist, werde ich es schnell tun. Kyle. Himmel. Oh, oh, oh. Das sind die Kinder. Wie haben die sich umgebracht? War der sich erschossen? Ich meine, gut. Ich meine, seine Handposition. Dort ein bisschen drauf hin, als hätte er eine Waffe gehabt. Ich sehe keine Waffe. Boah. Die Kinder zu erschießen, ich weiß ja nicht. Ich meine, das ist echt eine schwierige Situation. Was würde man machen, ne? Wenn man sich überlegt, von Infizierten gefressen zu werden oder den Kindern es schnell zu ersparen, ne? Das ist so eine Situation. Boah. Zum Glück muss ich in sowas niemals drinstecken. Also hoffe ich. Das wäre nicht so lustig. Also, ich dachte, da hängt irgendwas runter. Oh ja, bitte. Hier oder was? Ne. Rät lauter. Ich verstehe nichts. Boah. Achso. Ach, das war im Spiegel. Ich dachte schon. Ich bin weg. Verschwindet. Sam, du bleibst bei ihm. Henry, wir müssen weg von hier. Pass auf, wie jetzt? Los. Oh, ey. Scheiße. Ich muss mal kurz hier stoppen. Was jetzt gerade passiert ist. Das erste Mal habe ich mich schon darüber gewundert, dass Joel auf einmal so leise redet. Und das andere ist, dieses Klicker-Geräusch, das gerade eben kam. Das hat sich in meinem Ohr auf der rechten Seite so unnatürlich angehört, sodass ich dachte, dass irgendwas in meinem Raum hier ist, was so ein richtig komisches Geräusch macht. Und ich habe es echt nicht zuordnen können, den ersten Moment. Also, ich habe mich hier umgeschaut, während die Sequenz lief. Oh, oh. Naja, das habe ich auch gehört. Liebes Spiel. Oh, ist noch ein bisschen mehr, oder? Ja, wohin denn? Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ja, der durchfreut sich. Oh, oh. Was? Ja, super. Warum denn das? Warum jetzt das? Kann das mir mal einer erklären? Wollte mir das scheißern. Oh, oh. Der, der enttäuscht mich jetzt hat. Oh. Ach, du Scheiße. Scheiße. Ähm. Ich glaube, wir werden jetzt hier ein bisschen Munition brauchen. Ich weiß nicht, sind das Clicker, oder? Was denn das hier? Ich weiß nicht. Den habe ich nicht. Also, Clicker sind es nicht. Jetzt haben wir doch diese anderen Vogel, ne? Vögel. Ah ja, warte mal, gucken wir mal an. Die schaut jedenfalls nicht mehr. Komm her. Oh, kurzen Prozess. Oh, nee. Es sind zwei. Es sind zwei. Es sind zwei. Nein, Reload! Weg, 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 weg! Scheißvieh, weg von mir! Ich weiß, du findest mich sexy, aber... Ah! Kann den Shotgun-Schuss aus nächster Nähe aushalten. Boah, das wird ein Munitionsfest, hey. Ich verarzt mich mal lieber, das ist mir gerade ein bisschen zu heikel. Ah, guck an. Das liebe Fräulein wartet auf mich. Ahm! So. Ja, komm nachher. So viel sind sie mal. Hier, hockt doch hier, oder? Und... Ah! Die sind fies, ne? Weg von mir, blödes Mistvieh. Komm her! Spür mein Rohr. Und rein! Also, Ellie hätte mir geholfen. Gar keine Frage. Auf sie ist einfach Verlass. Na gut. Boah, das war blöd, Mann. Ich glaub, das eine war ein Klicker, ne? Ich bin mir da ehrlich gesagt wirklich unsicher. Aber jetzt können wir mal wieder was herstellen. Wunderbar. Und die Granaten, die haben sich ausbezahlt. Ja gut, Munition gibt's auch genug. Kann ich mich eigentlich gerade nicht beschweren. Wenn man jetzt bei der Shorty noch mehr Schuss drin hätte, dann wäre das echt ne geile Waffe. Weil die fetzt die Gegend mal ganz schön weg. Kann man sagen, was man will. Guck mal an, da ist schon wieder mehr Munition für die Shorty. Ui. Einfach besser, das. Alles voll, ne? Haben wir ja schon probiert. Vielleicht find ich hier noch irgendwie so ein Schokoriegel oder so. Wie gesagt, Munition gibt's echt genug. Schauer-Rules. Oh Gott. Steht da. Conserve water. Ich kann nicht lesen. Ah, 5? Hä? Ach so. 5 seconds. Re. Leather. Shower? Shower? Soap up. 10 seconds. Rinse? Ach, whatever. Lest einfach selber. Bin schon zu anstrengend, da überhaupt die ganzen Buchstaben zu hinziffern. Oh, das ist wohl die Spiele-Ecke gewesen. A, B, C, D, E, F, G. Denny ist unser Beschützer. Kannst du die Leiter runterholen? Ja. Äh, da waren wir schon, oder? Ich glaube. Hoffe. Mach schon. Na, bitte. Gut gemacht. Oh. Oh. Ist das Heli? Na los. Na, wie soll's denn sonst sein? Oh, nein. Ach du Scheiße. Uah. Ich seh's. Oh. Schaut auch nicht gut aus. Achso. Du wirst sie durch. Vielleicht die Tür auf? Boah. Aus dem Weg. Blockiert mich nicht dauernd. Die zwei blockieren mich die ganze Zeit. Uah. Ah, was ist so lustig? Medipack aus. Oh, Munition. Oh, Leben. Anscheinend ist der Singlauber. Oh. Irgendwo hoch. Ich kann durch das Fenster. Mach von der anderen Seite auf. Mach schnell. Hey, na los. Du bleibst nicht hier drin. Was ist mit dir? Ich komme klar. Komm schon. Los. Oh. Hier ist ja noch Loot, ne? Oh. Ach so. Achtung. Ja, ich merk's. Bam. Wir kommen da. Ich glaub mehrere, oder? Ja, ich glaub, das ist simpel, was ich grad mach. Werf nochmal an. Okay, den Rest müssen wir jetzt irgendwie so überleben. Ja, genau. Stell das mit Liebe hintereinander. Boah. Nein, nein, nein. Weg. Was ist jetzt, oder? Wer ist noch Loot? Geh nicht drüber, mein Loot. Boah. Aber es war gut, ne? Mit den... Ich hätte vielleicht mit dem Boletov... Ja, ja. Ja, ja. Jetzt bleib mal entspannt hier. Hast eh nichts gemacht. Zum Erleid, dass ich mein Hass gerade ein bisschen so an ihm rauslasse. Los, los. Frischer Luft. Seid mal da. Oh, wollt ihr mich verarschen? Ja, super. Danke für die Warnung auf der anderen Seite. Wo ist der Turm? Wir sind nah. Kommt, na los. Also, die Bomben, die bringen es echt nah. Auch die Molotow-Cocktails. Das darf man wirklich nicht unterschätzen. Deswegen stelle ich direkt wieder was her. Ja, ich stelle direkt mit dem Medi-Pack her, komm. Ja, wobei... Ah, ich bin mir so unsicher. Ja. Und da ist jetzt die Melodie ein. Oh. Teile. Noch mehr Teile. Und da ist jetzt die Melodie.